und 4 und noch mal was soll der Scheiß das macht er jedes Mal übelst schnell ab wo auch ok jetzt wird und werden da hat er rechtlich noch richtig lustig und ich habe kommen im Leben ok jetzt erstmal gucken wo ich bin da komm ich hoch da komm ich hoch Scheiße trifft er mich schon direkt zu anfangen das ist mies da müssen wir nicht leben ich habe zu viel Leben aber einfach verloren oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott das Problem ist halt wenn er schießt ich kann nicht mehr zurückspulen ich kann nicht mehr zurückspulen oh Gott geht's dahin ich weiß es nicht ich weiß nicht ob ich dahin muss was nein Back Feder egal ok 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 Ja Erneut versuchen Oh mein Gott, okay Er ist relativ einfach Im Gegensatz zu den zwei behinderten Wichsern Äh, ja Ich war ja fast oben Dann hätte ich wahrscheinlich noch einmal Speedkill-Kacke Gemachen müssen und dann Ja Äh, ja, egal Jetzt nochmal den ganzen Scheiß Wee, wee So, und ich kann das wegschließen Das zieht am meisten ab Ich bin mir nicht sicher Äh, wow Okay, das ist nicht fair von mir Okay 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 Ich will ein bisschen Sand aufheben Aber Natürlich nicht, wenn er mich dabei zusetzt Schadet Also eigentlich die zweite Phase am einfachsten Finde ich Ah, die, wo ich gerade am Anfang nicht wusste, wie es geht Okay, einsam verballer ich noch Euer Bemühen ist vergeblich Ich bin unsterblich Unsterblich vielleicht Aber nicht unbesiegbar Okay, komm Dann schlägt er glaube ich nochmal zu Dann kann ich auch nochmal zuschlagen Und daneben Jetzt wird er glaube ich in die Lüfte gehen Ja, jetzt dürfte er in die Lüfte gehen Und wieder eine Statue noch nicht mal Okay, noch nicht Dann kannst du auch nochmal dran glauben, mein Freund Ja, jetzt bitte wieder starten Wow, okay, erstmal Schutzflug Darauf weil ich mich nicht verbreitet Egal Oh, das ist aber nicht so schlimm Autsch Arschloch Egal Das ist dann noch kein Problem sein Autsch Aua, Arsch Auf ne Kack Hauptsache jetzt noch Sand Ihr bezahlt für den Frevel Jetzt wird er wieder werfen Bedingt Es ging Ihnen nie besser Ihr schuldet mir dann Die, die dürfen mich nicht treffen Die machen doch relativ viel sauer Ah 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 Okay Los geht's Jetzt Schnell und gerissen Ihr werdet eine gute Verstärkung für meine Arme Hä Aber euer Kopf Das soll doch Hey, das war voll für den Arsch Das will ich nicht haben Okay, auch wenn ich jetzt den Sandhaut durch drauf gehen lasse Eins Zwei Drei So, Nummer eins ist weg Okay Weiter geht's zu Nummer zwei Eins Nein, zu früh geklickt Nochmal zu früh geklickt Nochmal zu früh geklickt Ah, okay Kein Problem, kein Problem Ganz ruhig Das ist noch nichts Tragisches Schon wieder Nur nicht in die Dinger rein raten Nicht in die Dinger rein raten Das ist ganz wichtig Das ist ganz wichtig Deck mich Deck mich Ja, ja, da wird es wieder gehen Genau Hier, mach ich fertig So, länger warten Länger warten Ich bin viel zu nervös dabei Jetzt So, Nummer zwei ist weg So Jetzt macht ihr wieder seine andere Kacke So Leute Ich glaube ich habe noch zwei Sand oder ein Sand Ich weiß es nicht Das ist für jetzt doch gerade relativ So, da geht's los Nicht wieder direkt am Anfang Sand verwandeln Ah Nein, erstmal Dummer unter Beweis stellen Das ist das Wichtigste Jetzt leck mich Hör auf mit dem Scheiß Das war leicht daneben Mein Freund So, jetzt, Freunde Das zieht nicht so viel Das ist kein Problem So, dem sei alles, als wichtig ist, dass ich nicht runterfahd Ich will die Sende Sende Ja, die Sende Ja, die Sende verbrochen Noch nicht Sende Sende Zum Beispiel solchen Scheißaktoren Aktionen, mein Freund Hörst du wohl auf den Scheißen? Jetzt will der mich wieder treffen Ich muss ein bisschen mit der Maus aufpassen Jetzt schießt der wieder Oh Gott, du behindertes Arschloch Ganz ruhig So, da bin ich das letzte Mal gestorben Von der Scheißkamera-Perspektive Was? Was? Äh, okay Äh, muss ich klicken? Nö, also ich hab schon geklickt Äh, ja Jetzt Okay Telefon, das gibt's nicht Und er stirbt vor unseren Augen Pfarrer ist frei Und die Leute jubeln Okay Äh Und ich hab keine Ahnung Was ist das?